Megafloor Korg Plus Die Besonderheit von Megafloor Korg Plus sind zwei Korg-Schichten, die den Boden warm und leise machen. Korg ist ein nachwachsender und deshalb besonders umweltfreundlicher Rohstoff. Auch die Trägerplatte aus natürlichen Holzfasern schont Ressourcen und die Umwelt. Megafloor Korg Plus wurde auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten und auf die Bedürfnisse der Natur. Untertitelung des ZDF für funk, 2017